Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Format auf meinem Kanal, wo ich euch gerne Paletten vorstelle. Und ich habe gerade eine neue Palette bekommen. Habe ich mir gekauft, die ist auch noch relativ neu. Ich habe auch von dieser Firma noch nie was ausprobiert. Und zwar handelt es sich um Ansley Rain Cosmetics. Und das ist die neue Flourish Palette. Davon gibt es auch noch weitere. Die heißt Flutter, die ist ein bisschen gedeckter, nicht ganz so mit ganz so knalligen Tönen. Und genau, ich bin sehr gespannt, die auszuprobieren. Ich verlinke euch die Palette, wo ihr die kaufen könnt. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. In diesem Video erwartet euch die Swatches. Wir werden die jetzt als allererster swatchen. Und dann, ihr seht, ich werde heute einen Look damit schminken. Der Rest ist schon gemacht. Und ihr werdet auch noch einen zweiten Look dazu sehen. Den werde ich jetzt die Tage schminken. Und das werdet ihr alles in einem Video sehen. Und dann kann ich mir schon so meinen ersten Eindruck von der Palette jetzt machen. Und ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ich zeige euch jetzt erstens die Palette von innen und dann die Swatches. So sieht die Palette aus. Hier hat sie einen Spiegel. Und das sind die Farben. Sie ist sehr auffällig, was ich aber sehr schön finde. Ich mag sowas, das muss man halt wirklich mögen. Hat aber, ich glaube, gleich viele Schimmer und matte Shades, was ich gut finde. Also wenn, dann finde ich, sollte es ein bisschen mehr matte Shades als glitzernde haben. Weil ich finde, matt braucht man dann doch irgendwo mehr. Also letztendlich macht das jeder anders. Aber ich glaube, die meisten Leute bevorzugen ein paar mehr matte Shades, weil man damit so, sag ich mal, den Look aufbaut. Und das andere ist mehr so das Finish vom ganzen Look genau. Ja, sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Ich bin schon so, so gespannt darauf. Und generell halt, wie gesagt, weil ich die Marke noch nicht getestet habe. Ich swatch euch die Shades jetzt einfach mal. So. Und ich bin super, super gespannt. Oh mein Gott, die Schimmer, Leute, die Schimmer. So, hier haben wir jetzt die ersten vier Farben. Und das sieht richtig schön aus hier, der hier. Wow. Aber auch das Gelb, das Orange. Das sind halt genau meine Farben. Der hier ist so richtig wie, ja wie kann ich das sagen, so ein bisschen cremiger. Ja, man sieht es auch, wie geil das aussieht. Also die Matten sehen so erstmal beim Swatch ein bisschen schwächer aus. Aber das heißt ja gar nichts. Dafür sind die Schimmer echt Hammer. Ja, also das sind jetzt die ersten vier. Ich mache mal direkt weiter. Muss zwischen nicht einfach meine Hände sauber machen. Oh, dieses Grün hier gleich. Wow. So, weiter geht's. Ich mache mal da drüber kurz weiter. Ganz toller Ton. Jetzt kommt wieder einer von diesen cremigeren. Dann noch einer. Und dieser grünen, limetten Ton, den ich sehr, sehr interessant finde. Also auch da wieder mega. Ich finde diesen hier richtig, richtig schön. Bin bisher vom Swatchen schon mal ganz angetan. Jetzt kommen die letzten vier, die wir noch swatchen möchten. Wow. Oh Gott, Leute. Oh mein Gott. Habe ich euch eben gar nicht so gezeigt, aber so sieht man sich. Oh, der hier. Wow. Ich bin jetzt schon verliebt, Leute. Oh, der war richtig gut, der dunkle. Der ist gut pigmentiert. Genau. Einmal nochmal von nah an die Seite. Und dann nochmal alle zusammen. Das sind die ganzen Shades. Sehr bunt, sehr schön. Mir gefällt das. Sie machen, wie gesagt, einen ganz guten Eindruck. Bei manchen matten bin ich mir noch nicht sicher, aber auf dem Auge. Ich denke, die wird man gut aufbauen können, schätze ich. Ich weiß noch gar nicht, was ich schminke. Gut, dass wir zwei Looks schminken, weil ich habe hier so viel Auswahl. Ich möchte euch hier nicht nur einen kleinen Teil dieser Palette zeigen, sondern so ein bisschen zeigen, welche Variationen da möglich sind. Und da sind sehr, sehr viele Variationen möglich. Genau. Ich werde jetzt einfach meinen Arm sauber machen mit ein paar Tüchern. Und dann geht es an den ersten Look. So, wir fangen mit dem ersten Look an. Und ich möchte mich in diesem Look ein bisschen auf die helleren, pastelligen Farben eher konzentrieren. Morgen machen wir noch was anderes. Da denke ich zum Beispiel an dieses Gelb. Das würde ich gerne testen. Und diesen Orange-Firsich-Ton. Und dann bei den Schimmern gucken wir gleich mal. Aber ich würde erst mal den innen in den Augen... Also nicht nur in den Augenwinkel, sondern in die Crease setzen und das eher ins äußere End. Ich fange jetzt innen an mit dem Gelb-Ton. Da gehe ich einfach mal rein. Und trage das dann, wie gesagt, hier in die Crease auf. Relativ dezent ist der Ton bisher. Aber ich denke mal, den kann man bestimmt aufbauen. Ja, das geht. Das mache ich auch schon mal direkt auf der anderen Seite. Ich mag ja solche Töne. Also Gelb-Töne in Paletten finde ich persönlich richtig, richtig toll. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil es relativ selten ist, dass da so ein Gelb-Ton drin ist und dass die meistens nicht die beste Qualität haben, benutze ich das umso lieber. Gerade, also vor allem im Sommer. Ich meine, ich trage letztendlich Farbe so, wie ich es möchte und wann ich es möchte. Aber im Sommer macht so ein schönes Gelb doch echt was aus. So. So lasse ich das erst mal. Also man sieht auf jeden Fall was. Es ist natürlich kein krasses Gelb. Es ist ja immer noch irgendwo so ein Pastellton. Deswegen ist das, glaube ich, aber trotzdem schon mal ganz gut. Ja, ich finde es bisher hübsch. Jetzt schnappe ich mir einen anderen Pinsel und gehe, wie gesagt, in diesen orangenen Ton und gehe dann von außen bis da, wo ich aufs Gelb treffe. Schön über der Crease, über der Crease, in der Crease. Und auch der ist ähnlich. Man kann ihn relativ leicht auftragen, aber man kann auch gut aufbauen. Also das ist schon mal gut. Das finde ich immer wichtig und beziehungsweise finde ich das auch besser, als wenn der Lidschatten so krass pigmentiert ist, dass du ihn nicht mehr halt verblendet kriegst. So ist das doch ganz optimal. Da baue ich lieber ein bisschen auf. Das ist ganz gut so. Das sieht doch schon mal ganz süß aus. Richtig schön sommerlich. Gefällt mir richtig gut. Schön ins Gelb rein. Und vielleicht gehe ich nochmal mit dem Gelb auch nochmal rein ins Orange, um das halt wirklich toll ineinander geblendet zu kriegen. Das mache ich jetzt einmal. Dass es wirklich so einen richtig smoothen Übergang gibt und keine harten Kanten, weil das sieht halt nicht ganz so schön dann aus. Aber so finde ich, sieht das schon mal ganz cute aus. Genau. Ich mache jetzt auch nicht den krass aufwendigsten Look überhaupt. Also ich möchte mich da jetzt relativ, das ist ja so ein Vorstandsvideo, probieren ein bisschen aus. Und dann sehen wir mal. Ich gebe jetzt unten, boah, weiß ich nicht, ob ich da vielleicht auch einfach nur das Orange nehme. Ja, wir machen heute mal ein bisschen dezenteren Look. Ich gehe jetzt also unten mit dem Orange nochmal lang, nehme mir so einen festgebundenen, schmalen Pinsel. Und das ziehe ich relativ weit. Aber hier kommt gleich nochmal das Gelb. Wie gesagt, heute nicht zu auffällig. Naja, es muss jeder selber wissen. Für viele sind das jetzt nicht unbedingt die Farben, die man im Alltag tragen würde. Für mich schon. Also ich trage eigentlich alles im Alltag. Ich habe da jetzt nicht, oh ne, da die Farben nicht. Ich trage nur ungerne sehr dunkle Töne auf dem Auge. Also sehr, sehr dunkle. Manchmal mache ich das, manchmal trage ich auch ein Smoky Eye, muss ich aber fühlen. Mache ich eher ungerne. Aber am liebsten trage ich tatsächlich so ein bisschen auffälligere, bunte Looks. Das bin einfach ich. Das macht mir Spaß, mit verschiedenen Farben zu experimentieren. So. Ich finde, das sieht schon ganz süß aus. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen Schimmer. Und dann ist das ein ganz schneller, einfacher, sommerlicher Look, würde ich sagen. Wir haben da nichts großartig schattiert, weil die anderen Farben, die passen mir jetzt persönlich zu diesem Look, den ich jetzt vorhabe, nicht. Und diesen ganz dunklen Ton hier, den finde ich einfach zu dunkel. Also, ich möchte jetzt einen fröhlichen Look haben und das ist mir zu dunkel jetzt dafür. Boah, was nehme ich? Ich bin total hin und her gerissen. Ich schwanke natürlich auch zwischen den ersten, hier, diesen und diesem Schimmer. Ich kann natürlich beide nehmen. Ich nehme hinten den einen, vorne den anderen. Ja, ich probiere es einfach mal. Also zuerst mal diesen Ton jetzt hier. Das ist Nektar. Den gebe ich jetzt außen aufs Lid. Seht ihr das? Also der ist schön, aber halt mehr pink. Was jetzt aber nicht schlimm ist. Ich hätte zwar jetzt lieber so ein Orange schon, aber es wäre wahrscheinlich jeder Sunbeam gewesen. Der ist mehr Orange. Aber ich habe ja kein Problem, nur mit verschiedenen Farben zu kombinieren. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. Und passend tut er dazu allemal. Das mache ich übrigens immer mit dem Finger, weil ich finde gerade solche Shades, die so ein bisschen ins Cremige gehen lassen, sich halt einfach besser mit dem Finger auftragen. So, der ist drauf. Und dann gehen wir noch in Buttercup Bliss. Das ist, wie gesagt, dieser gelbe Ton, gelbe Schimmerton hier. Und den gebe ich jetzt innen hin, also innen aufs bewegliche Lid. Und die Glitzertöne, also die sind richtig schön, also beziehungsweise Schimmerglitzer, ja, die sind richtig toll. Blende ich jetzt in den Ton von gerade eben rein. Und das sieht richtig, richtig schick aus. Also ich bin begeistert. Den Ton gebe ich mir, glaube ich, aber auch noch nach innen. So richtig in den Innenwinkel. Dann nehme ich über den Pinsel, weil ich da nicht so gut in meinen Fingern reinkomme. So. Da auch noch ein bisschen. Ich finde, das ist ein schöner, sommerlicher Look. Ich schmink den jetzt noch kurz zu Ende. Das heißt, ich benutze, ich weiß gar nicht, ob ich hier so einen Lidstrich brauche. Ich glaube, ich benutze einfach Mascara und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe den Look jetzt fertig geschminkt mit Mascara und ich finde ihn sehr, sehr schön. Der ist einfach dezent, fröhlich, schön, für den Sommer toll. Ich hole euch einmal näher ran. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ich hoffe, wie gesagt, meine Settings, die sind noch nicht perfekt. Die werden sich nach und nach verbessern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Rücksicht darauf, aber ich hoffe doch sehr, dass man das relativ gut erkennen kann. Ja. Das war der Look mit der tollen Flourish Palette, die erste. Und jetzt im Anschluss seht ihr doch direkt den zweiten Look. So, heute gibt es den zweiten Look. Ich widme mich jetzt mal den anderen Farben. Ich habe gedacht, heute, also bezüglich der Mattentöne, nehmen wir das Lila, das Pink. Mit dem Grün würde ich was machen. Vielleicht packen wir auch das noch ein bisschen außen hin. Dann habe ich so gut wie alle Matten, also nicht so gut wie, sondern dann hätte ich alle Mattenfarben benutzt. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal. Ich starte direkt mit dem Pink. Ich mache jetzt wieder einen ähnlichen Look wie gestern, bloß mit anderen Farben. Weil so kann ich recht viele Farben testen, finde ich. Und das probiere ich mal direkt aus mit dem Pink. Und wenn ihr was hört, bitte entschuldigt. Wie gesagt, mein Sohn liegt wieder da. Der ist relativ gut am Schlafen, aber es kann mal sein, dass es ein paar Geräusche macht. So. Das Pink setze ich mir hier innen hin. Ist sehr gut pigmentiert. Da kann ich nicht meckern. So. In die Crease. Und dann blende ich es schön ein bisschen aus. Kann ruhig ein bisschen höher gehen. Lässt sich auch gut verblenden. Ihr seht das vielleicht hier, dass das recht gut ausgeblendet schon ist. Also es verliert dann ein bisschen an Intensität, aber das ist ja auch gut so. Das können wir gleich noch weiter aufbauen. Ich habe übrigens nichts drunter. Keine Base, gar nichts. So, da gehen wir gleich nochmal weiter mit. Ich gehe jetzt aber mit einem anderen Pinsel in diesen lilanen Ton und gebe das außen hin. Das heißt, ich gehe gleich nochmal mit dem Pink und blende das nochmal ins lila. Damit das wirklich vernünftig aussieht. Ich weiß auch nicht, wie lange ich heute den Look tragen werde. Heute wird es wohl richtig, richtig heiß. Mal gucken. Dann bin ich lieber ungeschwenkt eigentlich. Wir werden sehen. Finde ich auf jeden Fall bisher sehr schön. Also ich trage wie gesagt alles an Farbe so. Ich mag das einfach, mich da auszutoben und ich habe da auch kein Problem mit. So würde ich auch überall hingehen. Also wirklich überall. Das ist für mich, es gibt für mich keinen Nicht-Alltags-Look. Wisst ihr, was ich meine? So, blenden, blenden, blenden. Nochmal das Pink aufnehmen. Nochmal ins lila blenden. Weil ich möchte schon, dass die Farbe trotzdem knallig ist. Aber natürlich die Übergänge ordentlich sind. Deshalb das Blenden hat das A und O. Und einfach nochmal mit dem lila Ton rein. Ich habe das Gefühl, dass das Pink ist noch ein bisschen stärker halt als das lila. Aber das ist okay so. Ich nehme jetzt einmal einen komplett sauberen Pinsel und gehe einmal nur über die Kanten hier oben. Dass auch das vernünftig geblendet aussieht. Und nicht so eine harte Kante ist. Das sieht schon mal gut aus. Unten tatsächlich würde ich das wieder ähnlich halten. Das heißt, ich gehe hier außen in den lilanen Ton. Und innen gehe ich in das Pink. Für mich gehört auch immer dazu, dass man am unteren Wimpernkranz sich schminkt, weil es kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Aber ich finde, es sieht so unfertig aus und irgendwie, ich finde es nicht schön. Persönlich. Genau, das ist geschafft. Und jetzt gehe ich mal mit dem krassen Grün, was eigentlich mit einer meiner Lieblingsstöne ist hier drin, würde ich sagen. Sieht mich richtig gerne aus. Gehe ich in den Innenwinkel. Dafür nehme ich einen Pinsel und da habe ich ein Härchen dran. Dann klopfe das aber einmal ab. Und jetzt gehe ich, wie gesagt, in den Innenwinkel und trage mir das da auf. Boah, ich finde es richtig geil. Das sieht richtig cool aus. Ich mag auch einfach matte, farbige Innenwinkel. Finde ich total cool. Das ist bei mir nur immer das Problem, wer es noch von früher kennt, ich habe ja eine Lähmung gehabt, auf meiner Foundation sitzt es nicht gut, naja. Eine Lähmung gehabt, durch Stress ausgelöst, bla bla bla. Hier auf der rechten Seite sieht man oft. Das Auge ist auch immer so ein bisschen weiter zu, aber das kriege ich nicht auf, weil das geht ja nicht. Und das Auge tränt fast immer beim Essen. Dementsprechend muss ich da immer so ein bisschen tupfen und dann ist ganz schnell mein Innenwinkel halt nicht mehr vorhanden, in der rechten. Das ist dann halt mal ein bisschen blöd. Aber egal. Egal, egal. So, ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Dann hatte ich ja gesagt, wollen wir einmal einen ganz kleinen Tucken in den dunklen reingehen. Dafür nehme ich nur mit diesem Pinsel. Ich hoffe, ich mache es jetzt nicht so doll. Der ist nämlich bestimmt gut pigmentiert. Ich habe wirklich nur so einmal reingedatcht, ganz leicht. Um das so ein ganz bisschen außen zu schattieren. Und ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Das ist ein sehr, sehr schöner Ton. Finde ich sehr gut. Finde ich auch gut, dass es hier so ein dunkler noch drin gibt, weil man dann halt wirklich viel variieren kann. mit seinen Looks. So. So sieht das derzeit aus. Finde ich bis jetzt sehr schön. Und jetzt suchen wir uns noch einen schönen, äh, meine Nase juckt. Einen schönen Schimmerton aus. Gestern haben wir ja diese, den und den benutzt. Ja, was nehmen, was denn? ich bin fast dafür, oder wollen wir jetzt einmal richtig bunt geben und gehen und wir nehmen dieses Grün noch? Ja, komm, was soll's, ne? Äh, wie gesagt, bei mir geht immer alles und dementsprechend nehme ich jetzt einfach diesen Ton. Um den zu testen, trage ich mit dem Finger auf, weil gerade, ähm, solche Schimmertöne, die auch so ein bisschen cremiger sind, lassen sich mit dem Finger besser auftragen, als mit dem Pinsel, damit es ein bisschen krasser noch aussieht. Finde ich sehr cool. Also ist vielleicht für viele nichts, weil es so bunt ist, aber ich liebe genau sowas. Und wie gesagt, ich gehe auch so raus, ich gehe jetzt gar nicht noch einkaufen. In ein paar Läden, nicht nur in einen, ich muss zu Rossmann, ich muss zu Aldi, ich muss zu Lidl. Ja, aber ich finde es super, super schön. Das ist ein ganz toller Ton. Der ist auch so ein, ja, Multiduocrom, also der hat was Grünes, der hat leicht was Bläuliches und auch ein bisschen Violett, wenn ich mich richtig drehe. Ja, das sieht richtig cool aus. So, das ist der Look, den ich heute damit geschminkt habe. Jetzt haben wir fast alles in dieser Palette benutzt. Es fehlen lediglich drei Schimmertöne, die wir nicht genutzt haben. Ich glaube, dann kann man sich schon mal ein ganz gutes Urteil bilden darüber. Ich finde die Palette klasse. Ich möchte mir sicherlich auch noch die zweite davon kaufen. Die ist nicht ganz so knallig, die ist ein bisschen gedeckter, vielleicht mehr herbsttauglich oder für Leute, die es nicht ganz so bunt mögen. Genau, das ist die Flatter Palette. Ja, ganz tolle Qualität. Ich werde mir sicherlich noch einzelne Sachen kaufen, aber bevor ich jetzt weiterquatsche, ich mache mich kurz fertig und dann seht ihr mich wieder. So, ich habe noch Wimpern gemacht und ein Eyeliner gezogen. Vielleicht mache ich mir gleich noch Lippenstift drauf. Ich habe nur gerade tatsächlich keinen hier oben, aber es geht ja auch tatsächlich heute um den Augenlook. Ich nehme euch noch einmal weiter ran. Bisschen schön ans Auge. Das ist der Look. Mir gefällt er sehr, sehr gut. Ich finde es richtig, richtig schön. Perfekt für den Sommer. Ich bin komplett verliebt in diese Palette. Ich weiß nicht, lasst mir gerne mal einen Kommentar da, wie ihr die Looks jetzt findet, ob das eine Palette für euch ist, ob ihr euch die auch gerne holen wollt. Ich kann euch die gerne verlinken. Unten in der Infobox findet ihr das. Und ein Traum. Ich finde die richtig, richtig schön. Ich fühle mich richtig gut mit diesem Look. Ich fühle mich wohl. Das sind so die Sachen, wo ich mich richtig wohl fühle mit solchen Looks. Und ja, den rocke ich gleich ein bisschen in den Look. Und wie gesagt, geh einkaufen. Wow. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, könnt ihr es auch gerne schreiben. Ich finde es cool. Ich gucke solche Videos auch sehr, sehr gerne, damit man sich ein Bild von einer Palette machen kann. Ich habe dann nämlich noch eine, die ich ja neu habe. Die habt ihr in meinem letzten Roll gesehen. Da würde ich das theoretisch auch machen, wenn ihr daran Interesse habt. Genau. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.